Esker, 1 zu 1 gestern gegen den 1. FC Kaiserslautern, zufrieden mit dem Punktgewinn? Ja, eigentlich schon. Wir haben im ersten Halbzeit sehr gut begonnen und waren dann ja ein bisschen unter Druck und so. Eigentlich würde ich sagen, einen Punkt können wir mitnehmen. Wie habt ihr als Spieler die Atmosphäre, die Stimmung im Stadion erlebt? Vor allem nach dem 1 zu 1 ging es dann doch ganz schön ab. Die Stimmung war überragend dort, aber auch bei unserer Fans haben wir laut gehört und so. Das war überragend. Jetzt kurze Trainingswoche, wo liegen da die Schwerpunkte jetzt auch mit Blick auf das Spiel am Freitag gegen Kreuter Fürth? Ja, Kreuter Fürth wird bestimmt ein schwieriger Gegner und da müssen wir jetzt jetzt ein bisschen runterfahren. Also heute und morgen vielleicht nicht so viel machen und dann fokussieren wir auf Fürth und wollen dort gewinnen. 2. FC Kaiserslautern